Hier ist Iris mit einer Weihnachtsgeschichte. Susanne rief bei Anja an. Du hör mal, da stolpre ich doch gerade über eine Anzeige. Weihnachtsmann sucht blonden Engel mit großen Christbaumkugeln für nicht ganz stille Nächte. Christbaumständer ist vorhanden. Mache alles nur mit Zipfelmütze. Mann 34 20 4 Las sie vor und fragte dann, was sagst du dazu? Nett umschrieben. Es gibt sie also doch noch die Männer mit Fantasie. Den würde ich gerne mal kennenlernen. Gibst du mir seine Chiffre-Nummer? Klar. Warte. Susanne gab sie durch. Wünschte noch viel Glück. Kicherte dann und bat, erzähl mir hinterher mehr. Erzähl mir, ob sein Christbaumständer standhält oder wackelig ist. Mache ich. Sie lachten beide, als sie aufliegten. Männer und Fantasie. Noch am letzten Spieleabend hatten die Freundinnen darüber diskutiert. Tanja hatte noch so gesagt, Tobias kommt sicher nur wieder auf die Idee, mir einen neuen Toaster zu schenken. Einen, der gleich das Herzchenmuster mit einbrennt. Damit glaubt er dann seine Pflicht und Schuldigkeit getan zu haben, mir mein Weihnachtsgeschenk präsentiert zu haben. Oh je. Die Betroffenheit der anderen war erkennbar. So schlimm. Ja. Sagte Tanja. So schlimm. Du Arme. Jenny streichelte ihren Arm. Wie ist es denn bei dir, Susanne? Hm. Hatte diese so überlegt. Dann. Wir schenken uns nichts. Mirko meint, wir verdienen beide recht gut und können uns daher eh leisten, was immer wir wollen. Warum sollten wir uns da noch was schenken? Hältst du dich dran? fragte Jenny neugierig nachgefragt. Susanne senkte den Kopf. Eine Kleinigkeit habe ich immer gekauft. Etwas ganz Persönliches, das dann, schön eingepackt und dann weggepackt, als ich gesehen habe, dass er es wirklich ernst meint und kein Päckchen unter der großen Tanne für mich lag. Wie ist es bei dir, Jenny? fragte sie dann. Jenny druckste ein wenig herum. Die Freundinnen ermunterten sie. Na los, wir kennen uns schon so lange. Da sollten wir kein Blatt vor den Mund nehmen. Manuel wendet das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche an. Wie? Die Freundinnen schauten Jenny überrascht an. Nun, so erklärte sie, wenn ich brav war das Jahr, dann habe ich ein Anrecht darauf, etwas zu bekommen. War ich nicht brav, wobei es allein seiner Einschätzung diesbezüglich bedarf, gehe ich leer aus. Wie? Wie? Gar nichts? Fragten die Freundinnen, wie man es nimmt, sagte Jenny, denn dann bekomme ich die Peitsche. Die Peitsche? Echoten die Freundinnen? Nun, sagte Jenny, Manuel und ich haben uns ja mal in einem Club kennengelernt. Da war ich am Wochenende öfter mal als Pony mit dabei. Habe so mein BAföG aufgebessert, erklärte sie den anderen. Wie? Was hast du denn da gemacht? Oh, wir hatten so neckische kleine Stiefelchen an, die wie Hufgetrappel sich anhörten, wenn wir damit bedienten. Der Strapshalter war aus feinsten Hirschledern und hatte eben vorne die kleine Tasche, wenn wir eben abkassierten. Oben rum trugen wir ein Geschirr, welches einen Halfter nicht unähnlich aussah, ebenfalls aus feinstem Hirschleder. Wenn denn einer der Herren oder Damen mit dem Tischtelefon ein Pony bestellte, dann kam das entsprechende Pony an den Tisch getrabt und legte den Auftraggeber die Zügel in die Hand. In einem anderen Raum war eine kleine Arena aufgebaut mit Hindernissen. Manuel hat mich dahin geführt und mir erklärt, er müsse erstmal sehen, ob ich ein volksames Pony sei. Das hieß, ich musste ein paar Runden laufen, dann die Knie schön hochziehen und er, er ließ im Takt hinter mir die Peitsche knallen, dann über die Hindernisse springen. Hin und wieder streifte mich die Peitsche, die hinter mir knallte und automatisch erfüllst du deine Aufgabe ernsthafter, das könnt ihr mir glauben. Nach zwei Stunden hatte er dann gemeint, ich hätte den Gehorsam verinnerlicht und wir könnten jetzt in die Box gehen. Wie? Die Freundinnen schauten Jenny an. Du musst doch fix und fertig gewesen sein und dann springst du mit ihm noch ins Bett, denn das war doch die Box, oder? Ja, das stimmt, aber ich war aufgegeilt, ich war so aufgegeilt bis zum geht nicht mehr. Ich habe ihn buchstäblich aus der Hand gefressen, die er mir hinhielt, mit einem Zuckerli. In der Box wartete eisgekühlter Champagner und anschließend ein verdammt heißer Ritt mit ihm. Ich liebe es, wenn er mir die Sporen gibt, wenn ich seine Stute sein darf, wenn er mich besteigt, mich zureitet und mich anschließend besamt und schaut nicht so. Ja, ich liebe es, wenn er mich peitscht, immer wieder härter und mich dann nimmt, weil wir denn beide so geil sind. Aber das Spiel machen wir beide nur zu Weihnachten. Das ist unser persönliches Spiel. Wir haben da vor Jahren so einen Reitclub entdeckt, die genau das anbieten. Dort trifft man dann auch auf andere ehemalige Ponys. Nachdem Manuel den Weihnachtsgottesdienst gehalten hat, fahren wir los, um unsere Weihnachtsfreuden zu genießen. Sprachlos starrten die anderen Jenny an. Manuel, der immer so ernsthaft wirkte, der von der Gemeinde geliebt wurde für seine engagierte Arbeit, die Alten, die sich seiner Fürsorge sicher sein konnten und dass er für jedes Problemchen ein offenes Ohr hatte. Dieser Manuel? Ich weiß, was ihr denkt, zwitscherte Jenny jetzt. Ich bin inzwischen ja auch eine ehrenwerte Anwältin. Aber diese Auszeit, die brauchen Manuel und ich. Das hält unsere Ehe bereits seit sieben Jahren frisch. Du bist also absichtlich nicht brav, fragten die anderen. Nun, jeder schätzt brav unterschiedlich ein, sagte Jenny. Er trägt eben das, was er an Vergehen meinerseits so feststellt, das ganze Jahr in ein kleines Büchlein ein. Und Nikolaus bekomme ich in mein Stiefelchen die Quittung meiner Untaten. Die anderen schüttelten fassungslos den Kopf. Wer hätte das gedacht? Jenny, die sonst immer so ehrbar vor Gericht stritt. Und Manuel, der evangelische Pastor ihrer Gemeinde. Wie gut, stöhnte Susanne auf, dass ich nicht mehr in der Kirche bin. Wer weiß, was sich in diesem moralischen Gefühlen noch so alles abspielt. Die anderen nickten beifällig. Anja konnte es sich nicht verkneifen, nachzufragen. Weiß Manuel eigentlich, dass du kurz nach eurer Hochzeit ausgetreten bist? Jenny wurde rot. So, so. Das hat der Gute also noch nicht rausbekommen. Pssst, nicht so laut, sagte Jenny. Er weiß es wirklich nicht, fragte Susanne lachend. Nein, und jetzt lass uns das Thema wechseln, fauchte Jenny. Anja, was ist denn mit dir? Gehst du mal wieder leer aus zu Weihnachten? fragte sie dann. Geht es dich was an, fragte diese zurück. Ohoho, da ist aber jemand angefressen. Jenny feigste. Blonde Engelchen sind eben nicht die gewünschte Kategorie Frauen, die Mann auf Dauer erträgt. Was? Anja fuhr hoch. Auch die anderen schauten Jenny irritiert an. Jenny schaute Anja an. Na, du weißt schon, eine Blondine. Weiter kam sie nicht. Anja holte aus und schlug Jenny ins Gesicht. Holte erneut aus, aber Susanne hielt sie fest. Nicht. Lass es. Jenny fassungslos. Das, meine Liebe, das wird teuer. Das war Körperverletzung. Anja, nein, Notwehr, reine Notwehr. Und außerdem, hast du nicht vorhin noch gesagt, du genießt die Peitsche? Somit sieh das als meinen Beitrag an deine Spannung zu erhöhen. Jenny sich noch die feuerrote Wange halten, fauchte. Treib es nicht so weit. Wo werd ich denn, sagte Anja, stand dann auf und verließ Susannes Wohnung. Unten stand sie an der Wand gelehnt. Ein paar Tränen kullerten die Wangen hinunter. Es war aber auch wie verhext. Anfang des Jahres bahnte sich immer wieder eine neue Beziehung an und zum Herbst hin löste sie sich auf. Was machte sie nur falsch? Mit einem Ruck löste sie sich von der Wand und ging langsam nach Hause. Dann, ein paar Tage später, kam eben dieser Anruf von Susanne. Sollte das ein Wink sein? Sie würde es auf jeden Fall versuchen. Sie setzte sich an ihren Rechner und schrieb, »Lieber, lieber Weihnachtsmann, alle Jahre wieder ist es auf Erden zu dieser Zeit schwer allein zu sein. Deshalb lade ich dich ein, sobald du deine Arbeit getan hast, in der heiligen Nacht und alle beglückt sind zu mir zu kommen, dorthin, wo die Glöckchen nie süßer klingen. Der Tannenbaum noch einen Ständer braucht, konnte meinen mal wieder nicht finden. Bring bei mir, deinen blonden Engel, die Knospen zum Erblühen, damit du sehen kannst, das ist ein Roß entsprungen. Und ich höre schon dein überraschtes Oh, du Fröhliche, wenn du meine Weihnachtskugeln betrachtest. Kann dir allerdings nicht versprechen, dass die Nächte still sein werden. Also komm vorbei und lass uns froh und munter wichteln mit Zipfelmützchen. Anja, blonder Engel. Sie packte noch ein Bild dazu, warf den Brief höchstpersönlich in den Briefkasten. Zwei Tage später war Post da. Sie konnte es kaum abwarten, ihn zu öffnen und riss ihn schon auf, bevor sie ihre Wohnungstür erreichte. »Hallo, mein blonder Engel. Deine Antwort und dein Bild haben mir sehr gefallen. Komme nach dem Gabenrausch mit meinen Schlitten bei dir vorbei.« Der Weihnachtsmann, Lukas. Anja freute sich. Sie tanzte durch die Wohnung. Dann rief sie bei Susanne an. »Du, er hat sich gemeldet.« »Wer?« »Er, der Weihnachtsmann.« »Anja, was redest du da?« Susanne war irritiert. Dann fiel es ihr wieder ein. »Die Chiffre-Adresse.« »Ja, genau der. Du, der ist so süß.« »Hat er ein Bild mitgeschickt?« »Ja, hat er. »Lukas, heißt er.« »Na, das passt ja,« konterte Susanne. »Dann könnt ihr euch ja mit seinem Evangelium beschäftigen.« »Seinen was?« fragte Anja nach. »Nun«, sagte Susanne, »entweder wird die Weihnachtsgeschichte aus dem Matthäus oder aus dem Lukas-Evangelium in der Kirche verlesen.« »Oh, daran hatte ich ja noch gar nicht gedacht,« sagte Anja. »Aber okay, dann kann ich ja mal erforschen, was da drin so geschrieben steht.« Beide lachten. »Nicht, dass du denn wieder noch bibelfester wie Jenny wirst,« meinte Susanne, als sie wieder Luft bekamen. »Das glaube ich kaum,« kicherte Anja. »Auf jeden Fall freue ich mich für dich,« sagte Susanne. »Und zwischen den Jahren erwarte ich deinen Bericht.« »Einverstanden.« Heiligabend. Anja war aufgeregt. Würde er kommen? Sie hatte sich schon mal umgezogen und trug jetzt ein zauberhaftes, weißes, schlichtes Kleid. Weiße Dessous führte er runter und dann diese hauchfeinen Nylons, so zart, so glänzend, die goldenen High Heels und ... Ja, beim Friseur war sie auch noch gewesen. Ihre blonden Haare fielen in weichen Locken herunter, umschmeichelten ihr Gesicht und hinten. Hinten auf dem Rücken trug sie Engelsflügel. Es war schon fast 22 Uhr, als es klingelte und er, der Ersehnte, endlich vor der Türe stand, tatsächlich auch noch im Weihnachtsmann-Kostüm. Anja lächelte, sagte dann, »Tritt herein, lieber Weihnachtsmann! Ich war auch sehr brav das Jahr, oder steht in dem großen Buch etwas anderes über mich?« Er trat rein, grinste, »Engel Anja, von brav keine Spur, wie ich aus dem Buch erfuhr.« Anja blickte ihm von unten her an. »Bist du da sicher, Weihnachtsmann?« »Oh ja, denn alles, was im großen Buch steht, ist wahr. So wahr, wie ich hier stehe.« »Magst du etwas trinken, Weihnachtsmann? Denn auf deinen Schlitten war es sicher, trotz deines dicken roten Mantels, nicht zu warm.« »Ich hätte passend zu deinem Mantel einen schönen roten anzubieten.« »Mir scheint, du willst mich bestechen, mein blondes Engelchen.« »Ich?« Anja stolzierte in ihr Wohnzimmer. Er folgte. Der Rotwein befand sich bereits im Dekanter. Sie schenkte ein, prostet ihm zu und nahm einen Schluck. Er tat es ihr gleich. »Schmeckt gut.« Anja stellte das Glas ab und sagte, »Weihnachtsmann, was im großen Buch über mich geschrieben steht, das ist doch sicher so arg, dass ich eure Rute spüren darf.« »Du hast es erfasst, Engel Anja. Die Rute, davon kannst du ausgehen, ist dir gewiss.« »Ho, ho, ho, ho! Lieber Weihnachtsmann, es ist warm hier drin. Ihr könnt daher euren Mantel ablegen.« Aufmerksam musterte er sie, schaute auf ihre feuchtglänzenden Lippen. »Wohl wahr, Engel Anja, wohl wahr!« Sehr beflissen um ihn herumtänzend, sprach sie weiter, »Darf ich euch helfen, Weihnachtsmann?« »Nein, mein Engel, noch nicht. Setze dich, damit ich deinen Anblick genießen kann.« »Wie ihr wünscht.« Sie tänzelte wieder zum Stuhl, setzte sich. Er lächelte, als er seinen breiten Gürtel löste und ihn über eine andere Stuhllehne hängte. Die Kapuze abstreifte, die lange, wallende, weiße Mähne samt Bart abnahm. Jetzt war ansatzweise zumindest der Lukas zu erkennen. Was sie sah, begeisterte Anja total, schulterlanges, gelocktes, dunkles Haar, dunkelbraune Augen, ein Drei-Tage-Bad. »Oh!« entfuhr es sie auch prompt. »Ein Mann zum Anbeißen, zweifelsohne.« Er grinste, war er doch auch von dem Anblick, der sich ihm geboten hatte, als sie Tür aufging, sehr angetan gewesen. Diesen Engel zu vernaschen, das war's, und vielleicht ging es auch endlich mal über Weihnachten hinweg. Sie war süß. Sie war schlagfertig. Etwas, was er bei Frauen liebte, und sie war sehr sexy. Je mehr er sich auszog, je mehr er hob und senkte sich ihr Bauch. Ihre Brüste drängten sich stärker hervor. Er stöhnte unwillkürlich auf. Verdammt! Was sollte sie denken, wenn er seine Rute auspackte, die eindeutig stand und bereit zum Einsatz war? Raus aus den Stiefeln. Und dann die Hose runter. Er setzte sich. Er trennte sich auch von seinen Socken. Anja schaute aufmerksam. Jetzt, wo die Stiefel weg waren, hat er immer noch eine angenehme Größe. Sie mochte es, zu einem Mann hochschauen zu können. Er stand wieder auf. Anja lächelte wieder. »Netz so weit, aber, lieber Weihnachtsmann, du solltest dich auf jeden Fall von deinem roten Mantel trennen, ich bin.« Er unterbrach sie. »Geduld, mein Engelchen, gehört nicht zu deinen Stärken. Auch das war in dem großen Buch vermerkt. Nun denn«, er streifte seinen Mantel ab, legte auch diesen langsam auf der Lehne des Stuhls ab, drehte sich ihr, Anja, wieder zu. Zeigte sich seinerseits jetzt überrascht, denn diese hatte ihre Flügel abgelegt und auch ihr weißes Gewand. »Weihnachtsmann«, flüsterte sie, »das ist deine Magie, die Magie zu Weihnachten, die uns sonst nicht sichtbaren zueinander führt.« »Ich weiß«, ihr Blick versank in den Seinen, »dass ich die Rute mehr als verdient habe, und deshalb gebt sie mir.« »Gut gesprochen, Engelchen«, sagte der Weihnachtsmann. »So soll es sein.« Er schob seinen Short nach unten und eine prachtvolle Rute sprang hervor. »Wahnsinn«, hauchte Anja, »dann komme ich wohl nicht umhin, die versprochenen Weihnachtskugeln zu zeigen.« Sie griff nach hinten, löste die Häkchen des BHs und streifte diesen über die Schultern und die Arme ab. Jetzt lag das Staunen bei ihm. »Apart, apart, du hast eindeutig nicht gelogen, deine Kugeln sind wunderschön.« Seine Stimme klang grau. Sie streifte ihren Slip ab, er legte sein Hemd noch ab, und dann lockte Anja ihn zu ihrem Himmelbett. »Gestern noch«, hatte sie den Himmel noch ausgetauscht, verschiedene Blautöne mit goldenen Sternlein darauf. »Steigen wir auf zum Himmelszelt«, sagte sie, »und dort kannst du, nachdem du deine Zipfelmütze angelegt hast, mir die Rute geben, die ich so verdient habe.« Sie wies dabei auf ihren Nachtschrank, wo diverse verpackte Zipfelmützchen lagerten, und legte sich währenddessen auf das Bett. Wieder grinste er, dann griff er nach einem der Tütchen, öffnete es und streifte es blitzschnell über, drehte sich ihr wieder zu. »Engelchen, dreh dich rum, auf alle Viere mit dir, denn jetzt bekommst du die Rute zu spüren, wie es dir, geziemt nach dem großen Buche.« »So soll es sein«, sagte Anja, lächelnd ergeben, »was im großen Buche steht, muss unbedingt erfüllt werden.« »Genau«, so sprach der Weihnachtsmann und hieb mit seiner Rute ein paar Schläge auf Engelchens nackten Po. »Aua, Aua«, sagte dieses, »ein schöner Klang, ein schönes Klatschen. Ich hoffe«, sagte er dann, »dass du Buße tust.« »Wo werde ich denn?«, kam es keck vom Engelchen. »So, so, so, ein schwerwiegender Fall«, sagte der Weihnachtsmann schmunzeln, »da muss ich wohl andere Wege finden, die Rute zum Einsatz zu bringen. Es geht nicht an.« Anja war heiß, aber sowas von heiß. Sie sagte nur, »Stecke deine Rute ein, ich verspreche dir, ich will auch immer unartig sein.« Nun denn, die Rute fand einen neuen Weg, einen Weg, tief in Anja hinein. Der Weg war feucht. Die Rute rutschte unweigerlich tiefer und tiefer und tiefer. Der Weihnachtsmann beugte sich weiter über sie, um mit seinen Händen die prachtvollen Kugeln zu halten, von deren Schönheit er sehr angetan war. Immer wieder griffen seine Hände zu, so, als wenn er es nicht glauben konnte, und seine Rute peitschte nach allen Regeln der Kunst das glitschnasse Engelchen. Sie stöhnte und bat, sobald sie wieder etwas Luft bekam, sofort nach neuen Hieben. Ja, sie bettelte geradezu darum, mehr von diesen zu bekommen. »Oh, bitte, lieber Weihnachtsmann, bitte, bitte hau mich weiter, ich brauche das so sehr, ja, oh, bitte, bitte, oh, Weihnachtsmann, ja, aah!« Lukas ließ sich nicht lange bitten. Er folgte dieser Aufforderung. Und, und, als er es wirklich nicht mehr aushalten konnte, folgte ein letzter Peitschenhieb, sowie eine Entladung, die ihresgleichen suchte. Ihre Haare waren nass, als sie den Kopf wendete, und kleine Kringellöckchen hatten sich gebildet. Ihr Stöhnen war lauter und lauter geworden, und er, obwohl seinen gut gefüllten Sack entleert, stieß noch ein zweimal kräftig zu, was Anja jetzt ihrerseits zum Explodieren brachte. »Still«, flüsterte er, »hat die Nacht nicht angefangen. Wir sollten jetzt duschen gehen, ein wenig kuscheln und dann die anderen Zipfelmützen an den Feiertagen auch noch ausprobieren. Auf jeden Fall, mein Engel, war das ein guter Anfang, und nach dem Duschen lernen wir uns ein wenig besser kennen.« »Ja«, sagte Anja, »das sollten wir. Ich kann nach dem Kuscheln und Kennenlernen dir auch noch die Querflöte und die Blockflöte bespielen.« »Sehr gut«, meinte Lukas lachend, »das heißt, Weihnachten ist gerettet.« Hier ist Iris mit einer Weihnachtsgeschichte. Susanne rief bei Anja an. »Du hör mal, da stolpr ich doch gerade über eine Anzeige. Weihnachtsmann sucht blonden Engel mit großen Christbaumkugeln für nicht ganz stille Nächte. Christbaumständer ist vorhanden. Mache alles nur mit Zipfelmütze. Mann, 34, 20, 4. Las sie vor und fragte dann, »was sagst du dazu?« Nett umschrieben. »Es gibt sie also doch noch, die Männer mit Fantasie. Den würde ich gerne mal kennenlernen. Gibst du mir seine Chiffre-Nummer?« »Klar.« Warte, Susanne gab sie durch, wünschte noch viel Glück, kicherte dann und bat, »erzähl mir hinterher mehr. Erzähl mir, ob sein Christbaumständer standhält oder wackelig ist.« »Mache ich.« Sie lachten beide, als sie aufliegten. Männer und Fantasie. Noch am letzten Spieleabend hatten die Freundinnen darüber diskutiert. Tanja hatte noch so gesagt, Tobias kommt sicher nur wieder auf die Idee, mir einen neuen Toaster zu schenken. Einen, der gleich das Herzchenmuster mit einbrennt. Damit glaubte er dann, seine Pflicht und Schuldigkeit getan zu haben, mir mein Weihnachtsgeschenk präsentiert zu haben. »Oh je, die Betroffenheit der anderen war erkennbar. So schlimm?« »Ja«, sagte Tanja, »so schlimm.« »Du Arme«, Jenny streichelte ihren Arm. »Wie ist es denn bei dir, Susanne?« »Hm«, hatte diese so überlegt. Dann, »wir schenken uns nichts.« »Mirko meint, wir Tasche, wenn wir eben abkassierten.« Obenrum trugen wir ein Geschirr, welches einen Halfter nicht unähnlich aussah, ebenfalls aus feinstem Hirschleder. Wenn dann einer der Herren oder Damen mit dem Tischtelefon ein Pony bestellte, dann kam das entsprechende Pony an den Tisch getrabt und legte den Auftraggeber die Zügel in die Hand. In einem anderen Raum war eine kleine Arena aufgebaut mit Hindernissen. Manuel hat mich dahin geführt und mir erklärt, er müsse erst mal sehen, ob ich ein volksames Pony sei. Das hieß, ich musste ein paar Runden laufen, dann die Knie schön hochziehen und er, er ließ im Takt hinter mir die Peitsche knallen, dann über die Hindernisse springen. Hin und wieder streifte mich die Peitsche, die hinter mir knallte, und automatisch erfüllst du deine Aufgabe ernsthafter, das könnt ihr mir glauben. Nach zwei Stunden hatte er dann gemeint, ich hätte den Gehorsam verinnerlicht und wir könnten jetzt in die Box gehen. Wie? Die Freundinnen schauten Jenny an. Du musst doch fix und fertig gewesen sein und dann springst du mit ihm noch ins Bett, denn das war doch die Box, oder? Ja, das stimmt, aber ich war aufgegeilt. Ich war so aufgegeilt bis zum Gehtnichtmehr. Ich habe ihn buchstäblich aus der Hand gefressen, die er mir hinhielt, mit einem Zuckerli. In der Box wartete eisgekühlter Champagner und anschließend ein verdammt heißer Ritt mit ihm. Ich liebe es, wenn er mir die Sporen gibt, wenn ich seine Stute sein darf, wenn er mich besteigt, mich zureitet und mich anschließend besamt. Und schaut nicht so. Ja, ich liebe es, wenn er mich peitscht, immer wieder härter und mich dann nimmt, weil wir denn beide so geil sind. Aber das Spiel machen wir pust. Jenny wurde rot. So, so. Das hat der Gute also noch nicht rausbekommen. Pssst, nicht so laut, sagte Jenny. Er weiß es wirklich nicht, fragte Susanne lachend nach. Nein, und jetzt lass uns das Thema wechseln, fauchte Jenny. Anja, was ist denn mit dir? Gehst du mal wieder leer aus zu Weihnachten? Fragte sie dann. Geht es dich was an? Fragte diese zurück. Ohoho, da ist aber jemand angefressen. Jenny feixte. Blonde Engelchen sind eben nicht die gewünschte Kategorie Frauen, die Mann auf Dauer erträgt. Was? Anja fuhr hoch. Auch die anderen schauten Jenny irritiert an. Jenny schaute Anja an. Na, du weißt schon, eine Blondine. Weiter kam sie nicht. Anja holte aus und schlug Jenny ins Gesicht. Holte erneut aus, aber Susanne hielt sie fest. Nicht. Lass es. Jenny fassungslos. Das, meine Liebe, das wird teuer. Das war Körperverletzung. Anja, nein, Notwehr, reine Notwehr. Und außerdem, hast du nicht vorhin noch gesagt, du genießt die Peitsche? Somit sieh das als meinen Beitrag an, deine Spannung zu erhöhen. Jenny sich noch die feuerrote Wange halten, fauchte. Treib es nicht so weit. Wo werd ich denn? sagte Anja. Stand dann auf und verließ Susannes Wohnung. Unten stand sie an der Wand gelehnt. Ein paar Tränen kullerten die Wangen hinunter. Es war aber auch wie verhext. Anfang des Jahres bahnte sich immer wieder eine neue Beziehung an und zum Herbst hin löste sie sich auf. Was machte sie nur falsch? Verdienen beide recht gut und können uns daher eh leisten, was immer wir wollen. Warum sollten wir uns da noch was schenken? Hältst du dich dran? Hatte Jenny neugierig nachgefragt. Susanne senkte den Kopf. Eine Kleinigkeit habe ich immer gekauft. Etwas ganz Persönliches. Das dann, schön eingepackt und dann weggepackt, als ich gesehen habe, dass er es wirklich ernst meint und kein Päckchen unter der großen Tanne für mich lag. Wie ist es bei dir, Jenny? fragte sie dann. Jenny druckste ein wenig herum. Die Freundinnen ermunterten sie. Na los, wir kennen uns schon so lange. Da sollten wir kein Blatt vor den Mund nehmen. Manuel wendet das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche an. Wie? Die Freundinnen schauten Jenny überrascht an. Nun, so erklärte sie, wenn ich brav war das Jahr, dann habe ich ein Anrecht darauf, etwas zu bekommen. War ich nicht brav, wobei es allein seiner Einschätzung diesbezüglich bedarf, gehe ich leer aus. Wie? Gar nichts? Fragten die Freundinnen, wie man es nimmt, sagte Jenny, denn dann bekomme ich die Peitsche. Die Peitsche? echoten die Freundinnen. Nun, sagte Jenny, Manuel und ich haben uns ja mal in einem Club kennengelernt. Da war ich am Wochenende öfter mal als Pony mit dabei. Habe so mein BAföG aufgebessert, erklärte sie den anderen. Wie? Was hast du denn da gemacht? Oh, wir hatten so neckische kleine Stiefelchen an, die wie Hufgetrappel sich anhörten, wenn wir damit bedienten. Der Strapshalter war aus feinsten Hirschledern und hatte eben vorne die kleine Beide nur zu Weihnachten. Das ist unser persönliches Spiel. Wir haben da vor Jahren so einen Reitclub entdeckt, die genau das anbieten. Dort trifft man sich, trifft man dann auch auf andere ehemalige Ponys. Nachdem Manuel dem Weihnachtsgottesdienst gehalten hat, fahren wir los, um unsere Weihnachtsfreuden zu genießen. Sprachlos starrten die anderen Jenny an. Manuel. Der immer so ernsthaft wirkte, der von der Gemeinde geliebt wurde für seine engagierte Arbeit, die Alten, die sich seiner Fürsorge sicher sein konnten und dass er für jedes Problemchen ein offenes Ohr hatte. Dieser Manuel? Ich weiß, was ihr denkt, zwitscherte Jenny jetzt. Ich bin inzwischen ja auch eine ehrenwerte Anwältin, aber diese Auszeit, die brauchen Manuel und ich. Das hält unsere Ehe bereits seit sieben Jahren frisch. Du bist also absichtlich nicht brav, fragten die anderen. Nun, jeder schätzt brav unterschiedlich ein, sagte Jenny. Er trägt eben das, was er an Vergehen meinerseits so feststellt, das ganze Jahr in ein kleines Büchlein ein. Und Nikolaus bekomme ich in mein Stiefelchen die Quittung meiner Untaten. Die anderen schüttelten fassungslos den Kopf. Wer hätte das gedacht? Jenny, die sonst immer so ehrbar vor Gericht stritt. Und Manuel, der evangelische Pastor ihrer Gemeinde. Wie gut, stöhnte Susanne auf, dass ich nicht mehr in der Kirche bin. Wer weiß, was sich in diesem moralischen Gefühlen noch so alles abspielt. Die anderen nickten beifällig. Anja konnte es sich nicht verkneifen, nachzufragen. Weiß Manuel eigentlich, dass du kurz nach eurer Hochzeit ausgetreten bist?